Hallöchen liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei World of Tanks. Es ist ein anderer Tag, man sieht es hier für den ersten Sieg des Tages gibt es dreifache Punktzahl. Wow. Okay. Oder dreifache Erfahrung, sagen wir so. Ähm, kurzer Überblick. Ihr seht, ich bin bei den Fahrzeugen ein bisschen umgestiegen. Den Panzerjäger wollte ich ausprobieren, ist aber nicht. Ganz mein Fall. Und dann bin ich hier auf den deutschen Kampfpanzer gegangen. Die deutsche Cola-Dose, die ist immer noch vom Anfang. Den deutschen Kampfpanzer habe ich jetzt schon auf Stufe 3. Ist halt immer noch ein leichter Panzer. Hier haben wir immer noch den englischen Wickers Medium MK3. Ähm, ich werde mit jedem Panzer versuchen die Punktzahl mal hier auszunutzen. Das wird mit dem Panzerjäger vielleicht schwer. Aber wir können den gleiche mal nutzen. Der Panzerjäger hat noch Moon auf. Munitioniert. Mensch, jetzt hat mir das Wort gefehlt. Ja, wir werden das mal versuchen zu nutzen, dass ich auf jedem Panzer diese dreifache Erfahrung mal raushol. Und erst mal ein Schlückchen Kaffee. Gibt nichts besseres als Kaffee am Morgen. Geben Sie Ihr Passwort niemals preis. Administratoren werden niemals nach Ihrem Passwort fragen. Behalten Sie Ihr Passwort für sich. Zwei Zeilen, dreimal Passwort. Welche Map, die, okay, dann gehe ich da hinten über die Gleise. Oder sollte ich mich hier vorne mit irgendwo verschanzen? Ich verschanze mich hier, da, da, da vorne werde ich mich irgendwo verschanzen. Ich weiß gar nicht, kann man denn In-Game hier in dem... Also jetzt nicht Ihr In-Game, sondern in der Garage oder so, kann man da denn eigentlich Leute adden oder so? Weil ich jetzt halt schon gefragt wurde, wie ich denn In-Game heiße. Was ja eigentlich überall bei jedem Bildmaterial steht. Hier steht es drüben in der Teilnehmerliste. In der Garage steht es genauso. Dieser Panzerjäger-Panzer, der geht auf jeden Fall recht gut voran. Das ist eigentlich immer ein Blütschraum. Das Problem ist halt nur, wenn ich mit dem schießen will, muss ich immer den kompletten Panzer drehen. Das ist immer nicht ganz so toll. Ah, da brauchen wir den Ersten. Der hat auch schon Lastenmumpeln abgekriegt. Oh, der ist echt fix unterwegs. So, ja, und den hat es dann auch schon zerlegt. Meine Maus ist zu sensibel. Ich kriege ihn nicht, ich kriege ihn nicht, ich kriege ihn nicht. Alter, sei eh kaputt. Der ist erledigt. Suchen wir uns ein neues Ziel. Yeah, dann hab ich sogar. Boah, bestimmt jetzt erstmal Kill-Klaue. Nicht getroffen. Nicht getroffen. Nicht getroffen. Na komm schon. Vielleicht soll ich doch mal mit ihm vordringen. Wir haben da rüber, machen wir noch irgendwo was. Da, so ganz still und klammheimlich schleicht er sich da hinten rum. Nee, das war nix. Da hinten fahren noch welche. Neben. Jawohl. Aber nicht von mir. Verdammt. Halt, da war auch gerade ein Mensch. Da ist auch noch irgendwo einer. Nee, nee, ich krieg ihn nicht. Aber sieht schon gut aus. 7, 2. 8, 2. Oh, da hinten ist aber schon was. Jetzt war er weg. Ah, nee, da ist er wieder. Na komm, dann versuche ich mich jetzt mal hier an der Seite vorbeizuschleichen. Da ich ja mit dem recht zügig unterwegs bin, bin ich zumindest für Flankierende kein einfaches Ziel. Attacke, könnte mein Untergang sein, aber hey, was soll denn jetzt? Wir haben schon noch ein paar, 7 Leute haben schon noch am Start. Oh mein Gott. Ach, da ist hinüber. Gut, dann stört mal noch ein bisschen vor. Aber da geht gut ab, das gefällt mir eigentlich. Ja, sonst wäre ja der Begriff Jagdpanzer eigentlich recht gut so, ne? Meinst du, da steht noch welche Wache? Huch, da oben steht eine Wache. Trefft ihr den? Nein, aber er trifft. Ja, 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 ja Jetzt muss erstmal mein Motor wieder repariert werden und dann können wir zur Basis. Motor ist repariert, wir können aber nicht mehr so schnell fahren. Ja, dann fahren wir halt langsamer. Wenn wir nicht mehr so schnell fahren können, fahren wir halt langsamer. Oh, das ist ja wirklich langsamer. Da fehlen mir ja schon fast 10 kmh jetzt, Alter. Kriegen wir jetzt erstmal in die Büsche? Okay, da fährt einer vor, dann fahren wir mit. Oh, fuck. Boah, der ist hinter Wasser, also. Komm mit Gas jetzt, Alter. Der kriegt uns nicht, der kriegt uns nicht. Wir unterstützen den Kameraden beim Einnehmen der gegnerischen Basis und dann sollte das erledigt sein. Umso mehr hier drinnen stehen, umso schneller geht das. Und da haben die bei uns in der Basis auch keine Chance mehr. So, jetzt sind wir hier zu fünft auf den hier im Grundstück und dann hat sich das, glaube ich, schon jetzt ziemlich erledigt. Ja, ist doch schön, dass die dort sind. Guck mal wieder an, wie der Balken steigt. Und bam, gewonnen. Warst du schon. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Wir haben gesiegt, ich habe die erste dreifache Punktzahl für den heutigen Tag rausgeholt. So, okay, dann sehen wir uns beim nächsten Panzerchen wieder, den wir dann mit dreifacher Punktzahl bestücken. Oder auch nicht, wenn wir verlieren. Werden wir sehen. Mein Ingame-Name, das Midnight. Haut rein, Leute. Macht's gut und ciao, ciao. Ciao. Ciao.